Hallo und herzlich willkommen zu der weiteren Folge Diablo 3 Hardcore, wieder mit dem Beugen. Oi. Oi. Du bist so scheiße. Hey, ich würde dir heilen sagen. Das nächste Mal fang ich aus an. Oi. Du hast es schon mal in den Schwulen angefangen gehabt. Ne, das war die G-Edition. So, das war die G-Edition, ne? Ja, das ist so gut. Das kommt in dem fünften Park davon. Lex gerade, man. Wie ich lege. Jetzt ist es vorbei. Zu viele Effekte und so. Lex hat nichts mit Effekten zu tun. Ne, meistens haben wir ja. SPS einfach. Töten, töten, töten. Töten. Töten? Die töten, töten machen. Vergiss nicht, dass wir die töten töten. Die töten, töten, töten machen. Du. Warte, ich wollte nur was machen. Töten nochmal. Unpassender Ort, dich da unten irgendwas zu machen. Ich werde dir die töten, töten machen. Ich werde dir die töten machen. Ich werde dir die töten machen. Hä? Hä? Schon wieder mehr Sorge. Ich mach mir eher so Sorgen, wenn so Feuerkette und Konsorten kommen, ey. Oh Junge, guckst du in den Backentuch. Elektrisierend ey, Junge, da haben wir echt schon Sorgen. Komm schon. Ihr könnt mal schauen. Könnt ihr schneller zaufen. Ich kann nicht schneller als laufen. Geh mal da die andere Seite lang, guck mal ob da irgendwas ist. Diesen Koks und Palutten. Ja? Ja. Oh, guck mal, Elite. Gegen, ja. Irgendwo war eine Elite. Das war meine. Nein. Nein. Wahrheit. Nee. Dämpf ich zu schnell. Kannst du höher stellen. Nein, wir stehen da nicht. Warum? Falsche Seite. Ja, geht mal die Seite. Wollen wir denn noch schneller sterben? Ist ja Öle sofort am Anfang zu sterben. Das ist ja. Ja. Weißt du, warum ich so Volli-Level? Weil du die Bücher vergisst mit einzusammeln. Die Bücher geben Erfahrung. Ach so. Wir kommen noch zu Butcher in der Folge. In der Berge? Oder in der Aufnahmesession. Der hier. Wir müssen uns so ein bisschen ran halten. Wer denn noch mal rein, Chef? Kann nicht schneller als laufen. Immer noch nicht. Soll ich Kavallerie mit rein nehmen oder was? Ja, bist du da noch schneller? Ja. Ja, bist du da? Was? Oh, müssen wir wieder. Alter! Was passiert? Direkt Basel gab es die richtigen Licht. Die Dinger konnten mal früher richtig böse sein. Im Konsum, klar. Wenn du Diablo damals das erste großes angefangen hast, zu nerfen gewisse Dinge. Auf den Pferde konnten die schon ein Gelängnis bringen. Akt 1 gefarmt ist. Das kann doch so sein, ne? Weiß es. Wieso haben sie dich öfters umgebracht? Ne, umgebracht haben die Dinger mich nicht. Aber bei anderen gesehen. Ich bin ein Bogen mit 28 Schaden. Ich bin einer in Waffe mit 28 Schaden. Ey, du nimmst jetzt Bogen. Ne, bloß ne. Ne, ne, ne. Oh, der Typ ist unten da. Wir holen den Typen noch mit. Ja. Ein Fremder in Not. Oder in Not. Oh, der war schlecht. So muss ich mal fest sein. Ja. Und, David. Geht's halt. Befreien mal den O und den Typen. Warte, warte. Denk doch nochmal anquatschen. Ich hab's gerade noch gerade so gemacht. Ich hab's gerade noch gerade so gemacht. Ja, das hab ich bei der Bountie mal vergessen. Ich dachte, ja, warum ist denn die Quest nicht beendet? Ich hab den doch befreit. Bin ich nur mal hingegangen und hab geguckt. Na super, der Herr hat vergessen ihn anzusprechen. Dum, dum, dum. So ungefähr. Meine Tore. Die wunderschönen Tore. Wird sie bald noch nicht. Ja, und meine Tore. Meins. Gott, ich hab was hier 100 Schaden erreicht. Ich hab 106. Unaufhaltbar. Was? Ich hab 106. Ich hab 106. Ich hab 106. Ich hab 106. Komm jetzt, hör auf mit dem Ding zu spielen. Du sollst dich meinen Verbündeten angreifen, du Held. Ich will ihn gar nicht angreifen. Sag aber dann nach Hause, ey. Na, das ist ne Lüge. Gut, ich geh die andere Seite. Geht schneller. Jetzt bin ich nach unten gegangen. Oh, ein Brunnen. Musst du mehr sein für diese Erfahrungsbrunnen? Hä? Musst du mehr sein für diese Erfahrungsbrunnen? Klick einfach. Gut. Hast du? Ja. Ja, ich müsste näher sein. Ist egal dafür, ob ich den Scherz-Kobo gekriegt. Ah, 5. 4. 5. Sind schon 4. 4. Alle Miete. Ui, ich hab was vergessen. Was? Dicken explodieren. Ich hab grad vier Stück gleichzeitig umgenietet. Pfff. 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 Ich seh schon. Pfff. Bist schon da... Wob bist du? Weißt du noch was töten, ne? Gardo! Ich bin schon da. Wo bist du? hast du ich glaube das richtig na gut und töte du mal weiter ich muss mal mit hat schnell gekommen in der Stadt ich hab den voll putt mich schon gleich zu dir was 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 nein immer noch nicht weil ich nicht du 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 unsere zuschauer vielleicht nicht das glaube ich weniger kann auch sein ich weiß ja nie wie alt diese älter als du hast recht finde ich du jetzt weiter geht du hast weiter geht war da eine elite hinter uns läuft er in ist von unten gekommen er zeigt nur Rüstung und Geschicklichkeit ja 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 jetzt hm komm schon ich komm drauf wir sind sogar richtig hm sind wir ja wir sind wir sind wir sind richtig wir sind richtig man ja dank bei folgenden kompletten akt und keiner gestorben langweilig ja ich stebe jetzt weiter obwohl der budget kommt jetzt für dich ich nein ich das den 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 du bist ein Arschloch ich bei 3 weil das ist so ein Scheiß. Köthel ist gut. Armschen sind scheiße. Sind sie auch. Na komm. Nimm nur schnell den Fremden retten und den Akt beenden. Akt. Nackt. Nackt? Bitte nicht. Ich will ihn nicht nackt sehen. Warum nicht? Ja, weil du hässlich bist. Das ist eine Lüge. Die reine Wahrheit. Das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge. Er? Was? Das wurde schon geil. Ja. Was? Ich sterbe. Entschuldigung. Nimm das schwer. Los. Kitschie. Ich bin Tyra. Ich bin Tyra. Ja, El. Ich bin Tyra El. Wird sich deine Sachen verkaufen da? Was denn? Geh da oben schnell. Schöne die werden. Ich bin Tyra. Verhinde mal den Akt. Ja, ich kann das schon. Chill nochmal. hey hey akt 2 hey warte mal was relax mal hier ist doch keine 20 minuten oben oder was nein wir waren mit den 50 minuten hinweg da draußen gibt es illusionen manchen kommen sie die luftspiegelung vor aber ich durchschauen sie es sind die üblen machenschaften des nicht und sie warte die warte 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 weg wo auch immer noch innen da mit den typen stehen man weiß das schild war nun weißes schild schon wie man schon weiß wo das ding ist sagt mal guten tag das ist das mit dem rotmischkörper das können wir nicht mehr machen ja du passen wir wollen wollten holten ist gar nicht damit dass es mit dem ding links geht hohe steve ist egal Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Römms, römms, römms. Ja, wie hundert gleich? Römms jetzt. Römms, römms, römms. Römms, römms, römms. Das Patriotramp kam, Römms, römms, römms. Römm. Ja, höhöh, war der verrückt gerade Revier im Mund. Ist ja der verrückt, ob die das noch immer machen. Aja Abiot? Ichahe, Aliot. Was denn? So halt, Stopp! Halt, Stop! Eiseen! So halt Stopp, achso. Arrgh! Da kann ich nix, der kam auf einmal. Nein, du lässt sie mich behalten Will ich auch gar nicht, ist hässlich So, bis zum nächsten Mal Leute, tschüss und tschau Ciao